willkommen hier zum zweiten match am vierten bundesligaspieltag freiburg gegen werder bremen bei uns ein abstiegsduell die freiburger haben mit mucke schon ein sieg geholt das ist die sensation schlechthin werder bremen gerade mal nur ein zähler aber in der saison noch nicht mit mir gespielt also das erste mal dass ich jetzt werder bremen übernehmen mal gucken jasche an der pfeife und ihr könnt gerne in die kommentare box schreiben was ihr denn glaubt wie dieses match hier endet alle statistiken findet ihr außerdem auf ultimate-küker.de richtig ja mucke also komm freiburg hat drei punkte und die tatsächlich dank deines glorreichen 1 zu 0 sieges ja da ich bin ich bin stolz wie bolle aha ich wollte schon mal anklopfen ja ah shit ah die pass hat er gerochen ach scheiße oh oh Schade. Den hätte ich doch gern mitgenommen, den Ball. Oh, lass mich doch schießen, Junge. Mann. Oh, der kommt sogar an. War ein sehr guter Pass. Günter. Oh, das muss spitzer kommen. Das war der Siegtorschütze. Nein, es ist alles auf. Nein! Komm. Nein! Nein, er ist hier zu lang. Jo. Alter, das wird nicht gepfiffen. Boah, verdammt. Warum? Warum kommt der in mein Pass so schlecht? Ist das bitter? War so eine schöne Grätsche. Ja. Oh. Ein Satz von Habera. So stelle ich mir das vor. Nein, 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 den hab ich, den hab ich! Oh, oh, oh! 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 Du musst doch rein! Was für eine geniale Rettungstat. Mein Gott, mit dem Hoden-Sack. Schön gemacht. Oh! Na, öh. Ah! Alter, darf ich jetzt nicht mal raus? Ja, toll. Ja! Ja, toll. Was für eine Schlacht. Herrlich. Inklusive Pfosten. Echt jetzt? Ja, ich hab's knallen hören. Gut so. Was für eine Schlacht hier. Was für eine Schlacht hier. Was für eine Schlacht hier. Gut aufgepasst. Jo. Alter, so pfeif doch mal, du scheiß... Blöder Jascha, du. Der hat überhaupt nicht den Ball getroffen. Weißt du, ich... Im Ultimative fliege ich für so auf dem Platz. Sehr schön. Sehr schön. Ja, toll. Du hast doch Jascha geschmiert. Nee. Lüge nicht. Ah, herrlich. Da haben wir doch Spaß. Ah, nee, nee, nee. Oh, der hat den Kopfball reingemusst. Ja. Und die Schocksverwertung ist wieder grottenschlecht. YouTube-Radio. Alles Copyright. Free. weiter geht's ja wer ist jetzt vor feld gegangen das weiß er nicht mehr hat er vergessen den namen kennt er noch nicht ich kann nicht mehr wichtiger Hinweis am Dienstag da geh mal gewechselt du am Dienstag spielen unsere alten Hörerinnen ja nicht vergessen das geht wieder so gut los hier jetzt 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 das gibt's doch nicht so weiter ich muss wieder aufpassen hier oh das gibt's doch nicht oh das gibt's doch nicht hier also ja hallo ja hier bitte meiner 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 Eigentor 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 boah diese Keeper ne der Joker trifft ja da sollte der auch hin der Ball ja da sollte der auch hin der Ball ja ey ich wurde geschubst gelbe Karte oh Gott ey bleiben sie noch eine Viertelstunde in ihrem Block bitte denken sie an Mund-Nasen-Bedeckung das ist so ey ich glaube darüber wenn ich jetzt ich glaube ich jetzt immer lachen müssen wenn der irgendwas sagt ich muss so seine Stimme hören Hand was habe ich denn jetzt gemacht ein Raul rot da da ist es wieder ich habe nichts gemacht ich hatte einen anderen Spieler in der Hand ach leck mich doch alle ich kann nicht mehr ja komm es ist beschiss hier hör auf die Jasche zu schmieren ernsthaft ich kann nicht mehr komm auf da ja und dann kommt der auch noch an oh schön gespielt ja da geht auch keiner hin ach halt die Fretze jetzt ernsthaft jetzt geh mir nicht auf den Sack ey wir müssen diesen Sprecher irgendwie stumm schalten boah ja verpies dich oh ja genau genau ach der Flecken ich mache mit dem auch gleich Flecken ja rote Karte habe ich genau so gesehen ja pfeif doch dann ab du Spass alter 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 was ist das denn oh shit guter Block von Toprak zu riskant aber schön behauptet guter Block von Toprak ja schön ja schön Na, willst du pfeifen, Jascha? Willst du pfeifen? Ach komm, ist eh vorbei. Das war's. Bremen mit dem ersten Sieg überholt jetzt Freiburg in der Tabelle und Pfeif-Konzert. Meine Güte. Ja, an Jascha. Pfeift den Aus-Hitpenner. Lass mich in Ruhe. Ich kann für den scheiß Schiri nix. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Bis dahin. Tschüss.